Thomas Hobbes war ein englischer, einflussreicher politischer Philosoph und lebte von 1588 bis 1679. Er entwickelte mit dem Hintergrund vom englischen Bürgerkrieg und europäischen Religionskriegen eine Staatstheorie, ausgehend vom Naturzustand des Menschen. Seine Theorien veröffentlichte er im Leviathan in 1651 sein Werk verhalf dem Absolutismus, sich in Europa durchzusetzen. Hobbes vertrat die Ansicht, dass grundsätzlich jeder Mensch gleich ist. Selbst er schwächte sei theoretisch in der Lage, durch zum Beispiel der Hilfe anderer den Stärksten zu töten. Auch sei Klugheit nur die Erfahrung auf einem Gebiet, die theoretisch jedoch wieder erlangen könnte. Hobbes appellierte an der Notwendigkeit einer sicherheitsstiftenden, über dem Bürger stehenden Macht, denn wie bereits erwähnt erlebte Hobbes die Kriege und fragte sich, wie man dauerhaft für Frieden sorgen könnte. Er fragte sich, wie die menschliche Natur aussieht und man daraus schließend handeln könnte. Er sah drei hauptsächliche Konfliktursachen in der menschlichen Natur. Diese seien Konkurrenz, Misstrauen und Ruhmsucht. Diese wiederum sorgten für Gewalt wegen Gewinn, Sicherheit und Ansehen. Während Konkurrenz eher ein Angriff auf eine Person oder Gruppe bedeutet, um sich zum Herr über Eigentum mit Menschen zu machen, sind die beiden anderen Gewalt als Mittel zur Verteidigung. Hobbes nennt das Beispiel von einem Stück Land. Da theoretisch jeder dieselben Fähigkeiten aufbringen kann, steht man in ständiger Konkurrenz durch die Möglichkeit, überfallen zu werden. Daraus ergibt sich der natürliche Wille zur Selbsterhaltung durch Selbstverteidigung. Diese Selbstverteidigung bestehe dann daraus, möglichst mächtig zu werden, um jeden unterwerfen zu können und die Möglichkeit zum Überfallenwerden zu verringern. Wenn man sich nie sicher sein kann vor einem Überfall auf Eigentum und seiner physischen Unversehrtheit, befinde man sich in einem dauerhaften, kriegsähnlichen Zustand, einem Krieg eines jeden gegen gegen jeden. Dieser führe auch zu einem gesellschaftlichen Stillstand, denn durch diese fehlende Sicherheit gäbe es kein Ackerbau, keine Investition, keine Kunst und so weiter. Man besitze nur so lange, wie man in der Lage ist, es zu verteidigen. Auch würde dadurch ein Sinn von Ungerechtigkeit fehlen. Peter Koller erläutert, dass der Mensch theoretisch von Natur aus keines Untertanen sei. Eine Autorität sei es gerechtfertigt, wenn die Unterworfenen ihre Zustimmung geben. Hobbes unterscheidet Recht vom Gesetz. Recht gibt die Freiheit, etwas zu tun, während Gesetz verpflichtet. Das natürliche Recht gebe die Freiheit, alles zu tun, um sich zu erhalten, zum Beispiel Selbstverteidigung. Das Gesetz der Natur hingegen verpflichtet dazu, zu unterlassen, was das eigene Leben vernichten könne, auch durch Nichthandeln. Im Krieg eines jeden gegen jeden sei wegen dem Zweck der Selbsterhaltung und dem Schutz alles erlaubt. Genau deswegen soll er in solcher Zustand vermieden werden. Die allgemeine Regel darf Vernunft besage, jedermann hat sich um Frieden zu bemühen, solange dazu Hoffnung besteht. Kann er nicht herstellen, so darf er sich alle Hilfsmittel und Vorteile des Krieges verschaffen und sie benutzen. Frieden spricht das erste Gesetz der Natur an. Denn wie erwähnt ist in einem Krieg gegen jeden niemand sicher und damit das eigene Leben gefährdet. Wenn man einen Krieg oder die Gefährdung von Frieden nicht verhindert, hat man es also unterlassen, sein eigenes Leben zu schützen. Sollte es dennoch zu solch einem Zustand kommen, hat man das Recht, also die Freiheit, alle Mittel einzusetzen, die der Krieg bietet. Damit unter dauerhafter Gefahr ist, sei kein Mittel unmoralisch. Das zweite Gesetz der Natur besage nun, dass es die Möglichkeit gibt, auf Recht zu verzichten. Wenn jeder Recht zu allem hat, herrscht nämlich besagter kriegsähnlicher Zustand. Um Sinn zu ergeben, müssen es aber alle machen. Die wechselseitige Übertragung von Recht nennt sich Vertrag und in solch einem Fall ist es ein Gesellschaftsvertrag. Bienen und Ameisen leben automatisch gesellig. Einen solchen Vertrag bezeichnet er deswegen als künstlich. Es müsste eine allgemeine Gewalt darüber verfügen. Um Menschen vor Feinden von Außen und Innen und Eigentum zu schützen, benötige es eine konzentrierte Macht. Durch Wahlen sollen Personen oder Gruppen bestimmt werden, welche den Willen der Bürger verkörpern und damit den Souverän bilden. In diesem Verhältnis unterwirft sich der Bürger als Untertan und gibt dem Souverän Recht ab. Im Gegensatz dazu schrieb der Souverän das Allgemeinwohl an und garantiert Sicherheit. Damit besteht gegenseitige Legitimierung. Einfach gesagt, du beschützt uns, dafür lassen wir dich machen. Durch diese konzentrierte Macht wird er auch als sterblicher Gott bezeichnet. Sterblich auch, weil er letztlich durch zum Beispiel Krieg mit anderen Staaten gefährdet ist. Vorhin habe ich ja bereits ein Beispiel mit dem Stück Land erläutert. Um sich zu schützen, ist es natürlich zu versuchen, andere zu unterwerfen. Dieses Modell sorgt zumindest theoretisch für Harmonie, denn innerhalb des Staates ist jeder sicher. Da es nur eine über den Menschen stehende Macht gibt, gibt es weder die Möglichkeit, andere zu unterwerfen, noch die Motivation, denn auch beim Misstrauen schützt einen der Staat. Der Vertrag zwischen Souverän und Bürger kann nicht gebrochen werden. Da der Souverän gewählt ist, müsste sich der Bürger als Autor dessen Handlungen sehen und sich nur selber die Schuld geben für Handlungen, mit denen er nicht einverstanden ist. Damit könne der Souverän auch kein Unrecht begehen. Außerdem wurde der Vertrag geschlossen zwischen Bürgern und Repräsentanten, jedoch nicht explizit von jedem Einzelnen. Damit können beidseitige Verpflichtungen nicht gekündigt werden. Auch hat niemand die Freiheit, andere vor dem Staat zu verteidigen, da es dem Souverän die Möglichkeit zum Schutz behaupten würde. Jedoch hat der Mensch unabhängig von jeglichen Verträgen das Recht auf Selbstverteidigung. Kann der Souverän keinen Schutz mehr garantieren, verliert er die Legitimation unter Bürger seine Verpflichtungen. Der Zweck des Gehorsams ist Schutz. Wenn der Mensch unter dem Schwert des Souveränen Schutz findet, so wird er sich Autorps auch bemühen, diesen zu erhalten. Der Leviathan ist das 1651 erschienene Werk, in dem er die bis gerade erläuterten Theorien vorstellt. Das Titelbild dessen enthält viel Symbolik, welche auf seinen Theorien basieren. Doch bereits der Titel, Leviathan, ist vielsagend. Es handelt sich nämlich namentlich um das Sehungeheuer, dem keine Macht auf Erden seiner vergleichbar ist, aus dem Alten Testament. Es verbreite Angst und Schrecken und könne nur von Gott selbst besiegt werden. Wie vorhin bereits erwähnt, ist ja auch ein Begriff für den Souverän, sterblicher Gott. Diese Angst und Schrecken, oder vielleicht passender auch Ehrfurcht, sorgt im angeschriebenen Dialfall dafür, dass es niemand versucht, gegen diese Macht anzukämpfen und diese zu überbieten. Nur Gott selbst könnte dies. Somit würde es also keinen Grund für Kriege mehr geben. Die untere Hälfte stellt jeweils fünf Symbole der Kirche als überweltliche und der Monarchie als weltliche Macht gegenüber. Die erste Zeile zeigt auf Seite der Monarchie eine Festung, auf der rechten eine Kirche. Die Festung erscheint hier als sicherer. Sie ist auf einem Hügel, die Kirche hingegen scheint vulnerabel. Die zweite Zeile repräsentiert die Oberhäupter. Der König, der Souverän, wird durch die Krone dargestellt. Die oberste kirchliche Person, der Papst, wird durch seine Haube, der Mitra, repräsentiert. Weiter geht es mit der Gegenüberstellung von einer Kanone mit Blitzen. Genau wie die in Zeile 4 und 5 dargestellten Motive ist die Kanone ein Symbol für Konflikt, Krieg, Gewalt. Eine Kanone kann viel Schaden anrichten, genau wie Naturphänomene wie Blitze und heftige Stürme. Die Zweizacken und Dreizacken sind beschriftet mit gegensätzlichen Begriffen wie direkte und indirekte. Genau wie Dreizacken sind Pistolen Waffen. Es scheint also, als nutzt die Kirche diese Gegensätze als Waffe. Im Vordergrund befindet sich ein Horn mit der Aufschrift Dilemma. Es gibt die Redensart und Horns of Dilemma, was sich als in der Zwickmühle Befinden übersetzen lässt. Zuletzt wird ein Kampf zwischen zwei Parteien und ein Konfliktgespräch gegenübergestellt. Aufgrund der Positionierung der Anwesenden scheint es ein Gericht zu sein. Eine Gruppe Zuschauer, links und rechts jeweils Krieger und Angeklagter mit deren Vertretung und ein Richter zwischen beiden. Das linke Motiv stellt also einen Konflikt, gelöst durch Gewalt, im Kontrast zu einem friedlich gelösten Konflikt dar. Wie gesagt, ist Krieg aber im Idealfall nicht notwendig. Insgesamt scheint es, als wohl auch ob es uns sagen, wo vorher die Kirche war, ist nun der Souverän. Sicherheit, Macht, Stärke und Kriege stehen nicht mehr unter dem Zeichen von Religion, sondern unter seinem Schwert. In der oberen Hälfte des Titelbildes befindet sich ein überlebensgroßer Herrscher, bestehend aus vielen Menschen. Er trägt die Symbole der Macht, das Schwert, die Krone und den Bischofsstab. Dies symbolisiert erstmal seine Macht, seine übermenschliche Macht, aber auch sein Wesen. Er existiert nur aufgrund der Legitimation durch die Bürger und verkörpert wiederum diese. Das Land, über dem er steht, repräsentiert allgemein das Ideal des Friedenszustandes eines Staates durch den Souverän. Von Weitem erkennt man nur einen Körper, den politischen Körper. Nur wenn man genauer hinsieht, erkennt man die Bürger. Was wäre eigentlich, wenn nun der Souverän in Form einer einzigen Person stebt? Stebt der Staat dann mit ihm? Für Hobbes besteht der Staat, solange es Menschen gibt, die sich der Werte eines solchen Staates sicher sind. Dies wird repräsentiert dadurch, dass sie alle in dieselbe Richtung, in die des Herrschers schauen. Grundsätzliche Ideen wie die Gleichheit von Menschen und deren Recht zur Teilnahme an demokratischen Prozessen waren sehr moderne Ansätze. Allerdings verkannte Hobbes die Natur Souverän. Dieser besteht letztlich auch nur aus Menschen und diese müssen deshalb nicht gut handeln. Der Mensch muss immer noch Rechte einbehalten, welche ihn vor Unrecht und Willkür schützen. Deswegen haben Philosophen nach ihm Grundrechte, Gewaltenteile und Meinungsfreiheit formuliert. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.